Ich bin schon wieder übels am Arsch Ja, ihr wisst wie es abläuft, ich bin gerade zu müde für eine Anmoderation Hier kommen sogar die Tränen vom Gehnen Ich bin extra früh aufgestanden, damit ich aufnehmen gehen kann Aber aus irgendeinem fucking Grund meint seit fucking Stunde irgendjemand zu bohren Es ist 10 Uhr morgens, seit 9 Uhr bohrt irgendein Wichser hier rum Ich will mein Ninja zurück Wisst ihr was Leute, wir machen daraus was Besonderes Dadurch, dass ich so müde bin, wir machen ASMR Ich zieh das Mikro noch extra hier rüber Hey, hier ist wieder euer göttlicher Micky Entspannt euch Das wird jetzt eine entspannte Folge Alter Das war nicht so spannend, wie ich dachte Ich weiß, die Folge kommt zwar um 12 Uhr raus Aber ihr könnt es ja am Abend nochmal schauen zum Einschlafen Somit guckt ihr das Video zweimal Und ich krieg doppelt so viele Klicks Macht das, wenn ihr ein Herz besitzt Mir kommen grad die Tränen Nicht, weil ich müde bin Sondern weil ich noch keine 5 Millionen Abonnenten habe Halt den Maul Leute, nehmt das nicht zu ernst, wenn ich die beleidige Das sind halt Vollidioten Da kann man das nicht anders machen Shit in life Ich gemäre mich darum Zack Genau, ins Gesicht Genau Da mache ich meine Ladung auch immer ein Ich schlitz euch alle auf, Alter Ich rassier sie weg Gern geschehen Du kannst mir später danken Am Abend Im Bett Oh Danke auch dafür Hey Oh Danke dafür Oh Danke auch da Oh Mein Dings ist voll Leute, ich hab mir gedacht Wie wär's Wenn wir mal eine Folge machen Einfach ein Q&A Ihr stellt mir Was soll Ich wollte eigentlich flüstern Ihr stellt mir einfach Einen Haufen Fragen Was ihr wissen wollt In die Kommis Von mir aus auch 1000 Fragen Und in der nächsten Folge morgen Beantworte ich jede Scheiße Ihr könnt dann solche Fragen stellen wie Warum machst du YouTube? Hast du schon mal wirklich Pornos gedreht? Bist du untenrum auch nackt? Warum bist du eigentlich Single? Warum bist du der Beste? Wie schneidest du deine Videos? Warum sind deine Videos so göttlich? Wie kommt's dazu, dass du ein Gott bist? Versteht ihr, was ich meine mit den Kommis? Einer, der so göttlich ist wie ich Braucht auch eine göttliche Community Und göttliche Kommentare Unter ein göttliches Video Mein Job ist es, das Video zu machen für euch Euer Job ist es, euch das Video anzuschauen Es zu liken, zu kommentieren und zu teilen Mit anderen Worten Ich mach das Video, ich drehe es Ich schneide es für euch Und ihr sorgt dafür, dass es dann viral geht Danke, ciao Hey Kuchen Nach diesem kurzen Clip könnte ich das Video einfach nennen KuchenTV in die Luft gejagt Ihr mögt es ja anscheinend, wenn ich euch Clickbaiter Ihr findet das ganz lustig Ich find's selber lustig, immer mit Clickbaiten bisschen rum zu parodieren Und das extra immer so richtig bescheuert wie möglich zu gestalten Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass ich Hate dafür kassiere Mir wär das eigentlich scheißegal Aber irgendwie feiert ihr es genauso sehr wie ich Was ist nur falsch mit euch Leuten Ich weiß ja noch nicht mal, wo der Atlas ist Der Atlas ist da hinten Diesmal sorg ich dafür, dass das Teil gut eingebaut ist, okay? Bei der letzten Folge hatten die ja komplett deren Systeme offline, Alter Als ob ihr hier drin seid, als Ja, wo seid ihr? Sind die unter mir? Die sind hier unten Tatsache, guck mal, seht ihr die da unten? Bam, hallo, ihr kleinen Fotzis Das ist dann eine Fallgrube, Leute Ihr müsst mit mir lernen Ich setz diese Fallgrube Die fallen dann da durch und fallen da runter Ich baue noch extra hier die Wände dafür ab Wozu ist der komplette Scheiß hier? Als ob Mann, Leute Wenn ich schon aus Holz baue, dann wenigstens noch eine höher Ich platziere jetzt den fucking Atlas und stecke da meinen Dödel rein Lego, ich will nicht mal die Schwierigkeit hochstellen Ich hätte beim letzten Mal schon Bei der letzten Folge musste ich so ziemlich was mitmachen, Alter Ich habe jetzt ein kleines Ein kleines Trauma Oh Dich mag ich gar nicht, Alter Ich ratter den mal so weg Daneben Als ob mein Granatenwerfer schon weg ist Alter, den muss ich so weggnattern Wir chinen hier alle Machen so ein bisschen Ass and Air Knattern von Zombies weg Alter, wie viele hier durchgehen Sag, dann gehe ich einmal durch euch durch Und ratter da mal rein Wenn das sein, das ist wirklich einfach mal Die leiseste Folge Aller Zeiten Ich bin so müde, Leute Oh Gott, da sind wieder so viele Sag, als ob die mir einfach eine Wand davor baut In dem Moment, wo ich da durchratter Wir schlitzen da jetzt durch Okay, es wird Zeit, wach zu werden Es wird Zeit, wach zu werden No time of war Dings Ah, Ass and Air Zack, zack, zack Einmal da durch Zack Oh, shit Oh, oh, oh Ich hasse diese Ich hasse diese Wichser hier Die sind mega nervig Ich knatter, ich weck wie ein Spech Als ob Die sind durch Fickt euch Ich kann nicht springen Ich steck fest Ich steck fest Mann Alter Bratwurst, Leute, hier Immer muss man alles alleine machen Das gibt's doch nicht 30 Sekunden halten wir aus Solange die Als ob Machen die ihr Job nicht hier hinten Leute, what the fuck Warum hab ich immer die Größten Behindys What the fuck, Mann Scheiße, wir haben verloren Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache Ich bin umzingelt Ich habe nicht viel Zeit Bitte Findet mich Morgen Ich kümmere mich morgen drum Ich bin jetzt müde Wenn er bis dahin überlebt Hat er Glück Wenn nicht, dann hat er halt Pech Ich mache mein Mikro jetzt wieder normal Falls ihr müde seid Dann lasst ein Like da Und abonniert den Kanal Meine Augen brennen Verpisst euch Ich bin jetzt mal